200 Kilometer weiter nördlich leben die Chipibus, ein anderer Indianerstamm. Vertrieben aus ihren Jagdgründen, eingeschlossen von Grundstücksspekulanten und nahe der Stadt Pucallpa bleibt vielen Chipibus keine andere Überlebenschance als der Tourismus. Dieses Dorf, es heißt San Francisco, ist bei unserer Ankunft wie ausgestorben. Touristen kommen hauptsächlich in den Sommermonaten. Aber dann zu Tausenden. Für sie tragen die Chipibus-Frauen ihre Trachten noch heute. Exotismus verkauft sich gut. Wir haben für jedes Bild bezahlen müssen. Früher verschönten die Chipibus ihren Alltag mit kunstvoll bemalten Stoffen. Ihre Keramik gehörte zu den schönsten Südamerikas. Jetzt werden diese Gebrauchsgegenstände nur noch als Souvenirs für Touristen hergestellt. Die Chipibus leben längst in einer Welt von Plastik und Transistoren berieseln sie mit den Verlockungen der weißen Zivilisation. Manche sind Katholiken geworden, andere Protestanten. Die Gruppensolidarität ist seit langem zerstört. Jeder arbeitet für sich und wiederholt eintönig die Zeichen, die einmal sinnvolle Symbole der Gemeinschaft waren. Die Touristen vollenden den Zerstörungsprozess, den Eroberer, Missionare und Unternehmer ausgelöst haben. Was an Vergangenheit noch lebendig ist und Identität ermöglicht, machen sie zur Ware. Hauptopfer ist die Frau. Je näher sie den Städten kommt, desto rücksichtsloser wird sie ausgebeutet. Auch vom eigenen Mann. Der hat mittlerweile gelernt, wie ein zivilisierter männlichen Geschlechts sich zu benehmen hat. Als wahrer Mann. Um filmen zu dürfen, mussten wir kaufen. Nur eine Bootsstunde entfernt die Stadt Pucallpa mit ihrem Flusshafen. Ausgangspunkt zur Erschließung des peruanischen Urwalls, Zentrum des Kakainschmuggels, der wilde Westen Perus. Auch Endstation fiel der Indianer auf ihrem Weg in die Zivilisation. Wer kein Land mehr hat, keine Gemeinschaft, muss hier nach Arbeit suchen. Diese Indianerin nützt ihre Geschicklichkeit im Kanufahren. In einem gemieteten Boot setzt sie Passagiere über. Ein Beruf. Männern bleibt meist nur die Muskelkraft, um den Lebensunterhalt für ihre Familie zu verdienen. Die meisten sind Analphabeten und es bleibt ihnen keine andere Wahl. Wer der Vergangenheit nachtrauert, riskiert unterzugehen. Selbstmorde sind nicht selten. Wer von Gleichheit träumt, ist hier verloren. Wer aber die Tricks der weißen Zivilisation erlernt, der kann es bis zum Händler oder Bootsbesitzer bringen. Er bestätigt dann seine gelungene Anpassung, indem er seine Stammesbrüder noch rücksichtsloser ausbeutet, als seine Vorbilder es tun. Auch seine Frau hat nichts mehr zu lachen, falls er überhaupt bei ihr bleibt und seinen Aufstieg nicht durch die Ehe mit einem Mischling oder gar einer weißen krönt. Kukalpa ist der Schmelztiegel, in dem die Werte der Indianer endgültig verheizt werden. Die Chipibos haben es noch verhältnismäßig gut. Sie kommen nur tagsüber in die Stadt, um ihr Kunsthandwerk anzubieten. Sobald sie Ausländer wie uns in einem Auto entdecken, stürzen sie auf sie zu. Manchmal bieten sie sich dann auch selbst an. Touristen gelten als Sammler exotischer Liebeserfahrungen und schneller sind 5 Mark hier nicht zu verdienen. Die Prostitution ihrer Kultur führt zur Prostitution ihrer selbst. Wann immer wir in ein Restaurant gingen, wurden wir von Chipibo-Frauen förmlich überrannt. In der Touristenarmensaison haben sie es schwer, sich über Wasser zu halten. In Kukalpa wohnen auch Chipibos, die gut verdienen, dank der Arbeit ihrer Frauen. Diese müssen sich nicht mehr traditionell kleiden, um Touristen die Illusion ursprünglichen Brauchtums zu vermitteln. Ihre Männer haben Zwischenhändler gefunden, die ihre Waren direkt nach Lima oder New York verkaufen. Haben die Frauen Anspruch auf Verdienst und Ansehen? Nein. Sobald Besitz, Geld und Macht im Spiel sind, verlangt die patriarchalische Ordnung nach ihrem Recht. Wir sind weit entfernt von unserem kleinen Dorf am Fluss. Und eindeutiger noch als bei den Adventisten wird uns auf die Frage geantwortet, wer scheint euch wichtiger zu sein, Mann oder Frau? Der Mann. Warum? Warum ist ein Mann mehr wert? Weil der Mann mehr arbeitet. Sein Schwiegersohn ist zur Schule gegangen und kann es erklären. Der Mann verfügt über größere Fähigkeiten, meint er. Deshalb kann er die Frau beherrschen. Ja, der Mann ist mehr wert. Warum? Weil der Mann schwere Arbeiten verrichtet, wichtigere Tätigkeiten. Auch im Haus ist der Mann überlegen? Na ja, ziemlich wenig. Sie sind also der Meinung, dass die Arbeit der Frau weniger wert ist, als die des Mannes. Im Haus ist die Frau wichtig. Da hat der Mann nichts zu suchen. Wer entscheidet denn über die Belange der Familie, Mann oder Frau? Der Mann. Was denken die Frauen darüber? Ist der Mann der Frau überlegen? Wer ist mehr wert, Mann oder Frau? Der Mann. Der Mann. Und was meinen Sie? Ich denke auch so. Solche Fragen brauchen sich Indianerinnen nicht zu stellen, die ihr Leben als Dienstmädchen fristen. Hunderttausende. Aus welcher Gegend Perus kommen Sie? Aus Hapé. Von welchem Stamm? Kampa. Wann haben Sie Ihren Stamm verlassen? Vor 30 Jahren. Und seit wann arbeiten Sie in diesem Haus? Seit 27 Jahren. Was verdienen Sie? Die geben mir nichts. Sie halten mich wie eine Tochter. Was bedeutet es, wie eine Tochter gehalten zu werden? Sie geben mir Kleidung, Schuhe, Essen, alles. Sie halten mich eben wie eine Tochter. Wie viele Stunden arbeiten Sie? Bis Mitternacht. Aber ich habe auch Ruhepausen. Haben Sie Ihre Eltern mal wieder gesehen? Ich habe keinen Vater, keine Mutter mehr. Ich bin weise. Lebten Ihre Eltern, als Sie ihren Stamm verließen? Nein, die waren schon gestorben. Deshalb bin ich hier. Heirat wurde ihr verboten. Sie hätte ja nicht mehr Haustochter sein können. Letzte Station, die Prostitution. Indianerinnen, die nicht als Dienstmädchen unterkommen oder von ihren Männern verlassen werden, haben kaum eine andere Wahl. Der Weg aus dem Urwald in die Zivilisation endet für viele im Bordell oder auf der Straße. Sie haben endgültig Abschied genommen vom Lachen. Eine Prostituierte war bereit, mit uns zu sprechen. Eine Kampa. Welchen Beruf haben Sie? Na ja, jetzt arbeite ich auf der... Auf der Straße? Auf der Straße. Seit wann tun Sie das? Seit drei Jahren. Und wie ist es dazu gekommen? Na ja, durch eine Freundin, meine Nachbarin. Ich habe nicht verstanden. Ich hatte eine Freundin, die war meine Nachbarin. Was taten Sie vorher? Ich verkaufte Essen. In dem gleichen Haus, in dem ich jetzt arbeite, verkaufte ich Essen an die Mädchen. Was verdienen Sie jetzt? Wie viel bezahlt ein Mann? 1000 Soles. Das sind 6 Mark. Gibt es in Ihrem Beruf viele Mädchen aus den Stämmen? Oh ja? Die aus Ihrer Gemeinschaft in die Stadt kamen? Ja. Sie waren verheiratet. Wie ging das zu Ende? Als mein Mann mich verließ, führte eine Freundin mich ins Bordell. Wie lange ist das her? Vier Jahre. Und ich habe mich in die Stadt, Und wie fühlt man sich in diesem Beruf? Na ja, manchmal habe ich Gewissensbisse, denn ich muss meine Kinder allein lassen. Wie viele Kinder haben Sie? Vier. Das ist eine Frau zum Beispiel. Ich kann mich nicht nach miracles. Da scriptures. Nachятно. Es ist eine Frau. Was war denn alles okay? Untertitelung des ZDF, 2020